8 Zoll 3500 Watt Kettensäge Motor Säge Elektro Kettensäge Baum Säge mit 288 Vf Akku. Batterie. 288 Vf 22.900 mAh. 1 X elektrische Kettensäge mit Schallwand. 2 X Lyonen Akku. 1 X Schraubendreher. Zum Fällen und Schneiden von Holz. Kettenmaterial. Kohlenstoff Stahl. Leistung. 3500 W. Die solide abgeschreckte Kette ist langlebig und verschleifest und erspart Ihnen das Fällen von. Holz. Preis etwa 99,84 Euro.